So Leute, willkommen zurück hier bei Vampire Dawn. Ich habe jetzt leider mal eine längere Pause gemacht, aber ich weiß zumindest noch, dass wir auf der Zettelsuche waren und wir, ich glaube, diesen hier zuletzt angequatscht haben. Ich will das jetzt nicht machen. Weil tatsächlich, sobald man einen alten Zettel wieder anspricht, wird man zurückgesetzt. Das heißt, kein Wunder, dass wir jetzt den Thron nicht gefunden haben oder wo auch immer. Hier, genau. Angeblich müssen wir hierher und hier ist er. Mal sehen, was draufsteht. Bla bla bla. Im Dunst von Blut. Naja, wo soll hier Blut sein? Das war ja dann wiederum im Kerker und... oder beim Kerker? Ich weiß gerade gar nicht. Puh. Ähm. Aha. Eins weiter. Nein! Böse. Ähm. Ja. Ähm. 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 Ich rechne gerade nach dem Kopf, wie lange ich jetzt aufnehmen muss, aber ja doch. Das war schon das ganze Wochenende in Mathematik und dann kommt sowas. Ich glaube, den hatten wir schon mal. Im Dunst von Blut ist das der gewesen. Ich habe keine Ahnung, wie das Passwort lauten könnte. Okay, hier kommen wir ja nicht rein. Ich weiß nicht, ob der das ist. Ich weiß nur noch, dass wir irgendwann in der Drohne sein mussten. Das mit dem Feuer war relativ am Anfang. Das will ich jetzt gar nicht ausprobieren. Okay. Okay. Hier war der Geistsoldat. Vielleicht doch das bei den Gefangenen? Ich bin der Meinung, das war schon relativ am Anfang. Ach komm. So viele Zettel haben wir jetzt auch noch nicht, oder? Ähm. Oh, Verzeihung. Ach, das wird immer schwieriger. Dort wurde geherrscht? Aber so ein König oder so wäre doch. Ach, tut leid. Bäh. Dann, wie ich es mir dachte, doch. Müssen wir jetzt in den Thronseil. Ich glaube nicht, welcher Zettel das ist momentan. Ah, genau. Hier ist er. Mal sehen, was draufsteht. Der nächste Zettel liebt die Blumen. Suche dort und du wirst ihn finden. Blumen? Verdammt. Hier im Schloss gibt es viele Blumen. Blumen auf Fässern, Blumenbeete, Blumen in den Ecken. Verdammt. Ja, verdammt. Okay. Blumen. Oh, Hilfe. Aber ich will das mit den Zetteln schaffen. Man kann das ja auch abbrechen. Aber ich glaube, man bekommt sogar eine extra Belohnung dafür. Hat er ja gesagt, oder nicht? Sicher ich ja irgendwas und es gar nicht war. Wir kriegen hier für einen Scheiß. Nein, ich vertraue schon auch, dass es hier auch was dafür gibt. Geht's denn hier nochmal hin? Hops. Okay. Das mit dem, ich sag jetzt mal, Klinken und so, was hier mit meinem Bildschirm passiert, habe ich immer noch nicht weggekriegt. Ich bin der Meinung, das liegt tatsächlich an dem Spiel. Oh Gott, wir gucken aber noch nach dem Blumen hier. Ob's hier irgendwo Blumenbeete gibt. So ein Friedhof. Jetzt habt ihr hier also hier um die Blumen kümmern. So als Vampir. Oh, ich geh mal in den Garten. Oh, mein Blumengießen. Hier sind das auch. Die Blumen. Und da ist der Zettel. Ach, herrlich. Hier ist der. Mal sehen, was draufsteht. Die Gebeine Verstorbener verbergen den nächsten Zettel. Ha, das ist wieder leichter. Die Gebeine Verstorbener. Ja, garantiert. Leichter. Ja, das ist ja auch so ein blauer Kopf hier. Verstorbener. Ich glaube, wir sollten auch mal in den Kerker gehen. Die Gebeine Verstorbener. Die Gebeine Verstorbener. Das könnte ja nicht nur irgendwie um Skelette handeln. Aber hier rennen eine Menge Skelette rum. Als ob da ja irgendjemand einen Zettel hinten auf den Rücken geklebt hat. Nein, du bist ein Zombie. Beine Verstorbener. Hast du mal einen Zettel gesehen? Wir haben nur Silber gelagert. Na, das fühl ich. Das hier sieht ziemlich tot aus. Oh Gott, die Mose, ey. Verstorbene Leute. Wo finde ich sie heute? Ach, Hilfe. Okay, den Plus nicht anquatschen. Achso. Okay, hier geht's komplett raus. Das können wir natürlich nicht. Das hatten wir ja schon mal. Ah, wo finde ich denn ein paar tote Gebeine und sowas? Mir ist bisher noch nie irgendwas aufgefallen. Ah, der sieht ziemlich tot aus. Mann. Ach. Natürlich. Friedhof. Garantiert. Ich bin auch so hell manchmal. Ah. Ich weiß nicht, ich würde mich mal cool mit meiner Sonnenbrille aufhalten. So was Stylisches hat nicht jeder Vampir. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Ah. Ah. Als ob ich mich irre. Echt? Irre. Da. Ich wusste es. Hier ist der Herr. Mal sehen, was draufsteht. Der nächste Zettel mag den Duft von gekochtem Fleisch. Gekochtes Fleisch? So. Gibt es irgendwo eine Küche? Ja, daran habe ich auch gerade gedacht. Und direkt Hunger. Hm, gekochtes Fleisch. Ich bin wirklich im Westen von keinen Skeletten irgendwo abgerissen. Ah, falsch. Ich weiß, dass es irgendwo auf der rechten Seite war. Der hat da doch gekocht und sich voll gefreut. Ja, hier. Oder? Nein. Reiz weiter runter. Das war gerade die Schönfeuer. Und dann, ja, hier doch. Hier ist der. Mal sehen, was draufsteht. Da rauf. Engelstatuen senden ihren heiligen Schallen auf die nächsten Zettel. Also dann. Eine der Statuen hat den Zettel. Und da glaube ich wieder einfach tatsächlich. Vor dem Verlies waren ja ein paar hübsche Engelchen. Ansonsten kann ich mich auch nicht an weitere erinnern. Obwohl. Ahahaha. Hier sind überall ein paar Engel. Bei dem Verlies waren wir ja schon ein paar Mal. Ich glaube, ich laufe mal eben noch rum. Ich habe so recht manchmal. Hier ist der. Mal sehen, was draufsteht. Frische Luft und gute Aussicht sind alles, was der nächste Zettel will. Gute Aussicht. Naja. Hier ist sogar der Besondere. Und wo auf den Turm halt klettern. Und noch eins hoch. Ah stimmt, hier waren wir schon mal. Ich glaube, wir sollten die Burg davor mal betreten. Und da mal hochklettern. Woher nur die... Ach nein. Nein, nein, nein. Oh, hier. Ich bin wohl nicht lang. Hallo. Ich habe keine Ahnung, wo es hier runter geht. Okay, hier geht es zum Glück runter. Oh, hier geht es zum Glück runter. Irgendwie habe ich jetzt ein ganz schlechtes Gefühl über dieser Treppe. Ja gut. Das hatten wir auch schon ein paar Mal. Ich glaube, wir brauchen noch an einer anderen Stelle. Huh. Ach, der ist mal so. Ich weiß nicht. Der könnte ja ausrutschen. Wäre ja schlimm. Der Zampir. Ich glaube, die bringen mir nichts, die Türme, oder? Wie geht es denn hier hin? Ah, hier ist noch eine Kiste. Achso, die kann man glaube ich nicht öffnen. Die roten. Den hatten wir schon mal, oder? Ich habe so Angst, dass ich hier jetzt... Ansonsten müssen wir nur zurück zu der Frau mit der Statue. Ja, verdammt. Okay, dann hätten wir das auch wieder geklärt. Nein, ich gehe zurück. Ach, zurück. Hanua zurück. Oh nein. Komplett resettet. Ich kann zu heulen gerade. Ich mache hier mal eben einen kleinen Cut und wir sehen uns dann wieder bei dieser Zettelsuche. Vielleicht, weil ich ihn schon gefunden habe. Ach, schrecklich. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Gute Aussicht suchen wir als nächstes. Okay. Ich schwöre jetzt von dem Turm mal ab. Da bin ich nie wieder hoch. Und wir gucken einfach mal, ob wir höchstlich Glück haben und dann hier bei so einer... Ich habe jetzt gedacht, irgendwo random bei so einer Aussicht. So, wenn man so aus seinem eigenen Zimmer geht. Ich wäre jetzt echt zu meinem eigenen Zimmer zurückgegangen, um mir da die Aussicht anzugucken. Aber es sieht nicht schlecht aus. Hier ist der. Mal sehen, was da draufsteht. Der nächste Zettel liegt dort, wo das Gerippe eines längst Toten, weil er ihr Unwesen treibt und den Zugland des Schlosses kontrolliert. Den Zugland? Den Zustand? Hä? Wo ein Gerippe von einem längst toten Typen rumrennt und irgendwas macht. Wie bitte? Ein Toter kontrolliert den Zustand des Schlosses? Ja, unfassbar, so wie das Schloss aussieht, wa? Aber wir suchen ein Gerippe. Hä? Von super. Nie nach unten gehen, wenn man direkt durchgeht. Ein Toter. Ob wir hier schon bedient sind? Ich geh mal hier eben durchgucken. Achso. Dann doch nicht. Das sind ja nur die hier. Ach ja, immer schon von oben nach unten durchkämmen. Ach ja, genau. Ich wollte gerade sagen, hier sitzt immer einer. Hier ist der. Mal sehen, was da draufsteht. Suche acht Säulen und du findest den nächsten Zettel. Acht Säulen? Soll ich... Was? Acht Säulen? Soll ich gucken? Suchen? Oh Gott. Naja. Das kann ja nicht wohl... wohl nicht so schwer sein. Wenn du nicht mal da nicht isst. Wir haben es ja mit meinem Geschick zu tun. Und wir hatten bisher einfach zu viel Glück bei den Zetteln, glaube ich. Oder die sind mit Absicht zugelegt, dass die eigentlich ganz in der Nähe sind. Aber acht Säulen? Das sieht aus, als würde der gerade um die Kacken wollen oder so. Tut mir leid. Das sieht etwas merkwürdig aus halt. Acht Säulen. Hier sind viere. Ne. Hier sind zwei. Ich war auch immer noch im Durchgang mit ein paar Säulen. Vier. Ich renne hier noch mal rum. Ne, das bringt es nicht. Ich gehe mal eine Etage weiter runter. Aber ich glaube, im Thronsaal ist noch etwas. Also, dass da halt mehrere Säulen waren. Einfach mal gucken. Eins, zwei, drei, vier. Auf der anderen Seite noch ein paar. Aha. Gut. Hier ist er. Mal sehen, was da draufsteht. Stufen sind der Ort des nächsten Zettels. Sie führen direkt zu ihm. Also, Stufen führen zum nächsten Zettel. Mh, yay. Ich gehe mal eben hier hoch und dann hinten unten links die Trab runter zu gehen, die er immer nicht gehen möchte. Stufen führen zu ihm. Oder vielleicht dann doch beim Kerker. Ach, wo sind sie denn hier mal nicht stufen? Das ist so nicht nett. Aber ich habe mich auch immer noch nicht getraut, hier zu speichern, weil ich will einfach diese Steine nicht vergeuden. Klar, wenn ich mit dem Zettel das jetzt wieder verhaue, muss ich wieder alles von vorne machen. Aber mir kann es ja egal sein. Ich kann auch noch mal zehn Minuten veropfern. Hier, die wollte ja immer nicht runtergehen. Na gut, dann doch nicht. Dann gehen wir jetzt nochmal in den, ja, Kerker gucken und ansonsten... Hm, Kerker ist. Das andere Schloss noch absuchen. Das andere Spektrum ist ja nicht übrig. Naja, so lernt man ja schon das irgendwie hier alles kennen. Wird das vermutlich überhaupt nichts bringen. Oder ich hoffe doch. Achso, man konnte ja, glaube ich, die Fässer noch mal hier anreden. Er hat ja immer irgendwie Geld gefunden da drinne. Stimmt. Ich habe überlegt, wie ich das Geld brauche. Muss ich mich noch irgendwann ausrüsten? Muss ich noch irgendwann einkaufen gehen? So ein paar Puschraub-Konserven? Das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Ähm, ich glaube, man hätte auch oben rausgehen können. Ja, hm. Ach, ich bin doch eigentlich echt was Besonderes. Hui! Ach nee, hier geht's ja. Gar nicht raus. Das weiß man aber erst, wenn man durchgegangen ist. Oh nein. Böse. Ich muss mir das merken, dass ich nicht immer runterdrücke. So, hier müsste der Kerker bitte sein. Dankeschön. Hier sind die Stufen, die zu ihm führen. Hm. Nein, nicht wirklich. Ach, was ist das eigentlich für ein Hübscher, der hier noch rumrannt? Das war jetzt die Stufen, die zu ihm führen. Hier vielleicht noch Stufen? Stufen? Wenn, ich gehe sie hoch und wieder runter. Das bringt mir überhaupt nichts. Aber das macht mich runter. Ja. Dann haben wir, ich würde sagen, gehen wir mal durch das obere Schloss. Also das obere Teil des Schlosses. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas hier nennt. Ich bin leider nicht in einem Schloss groß geworden. Ich wurde nicht als Prinzessin geboren. Ah, hier sind Stufen. Ah, rück. Hier ist der Masin, was da draufsteht. Frischer Wind weht über dir. Suche den Zettel auf einem Dach dieses Schlosses. Also los, dann suche ich mal alle Dächer ab. Oh, Hilfe. Ähm, ich könnte sagen, wir gehen erstmal in diese Richtung. Hier, ouch, 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 ouch. Und wir gehen hier immer noch umgucken. Merken wir uns irgendwo oben rechts ganz böse nicht den... Ja, hier. Hier nicht den Zettel anquatschen. Oh, vielleicht doch. Wurde vielleicht neu gemacht. Nein, bloß nicht drauf verlassen. Was ist jetzt mit den Blumen? Oh, nicht, dass es irgendwie ein langer Weg wäre oder so. Okay, hier gibt's auch nichts. Welche Überraschung? Auf den Dächern. Hm. Man hat ja auch immer noch die Möglichkeit, irgendwo mal in den Lösungen nachzugucken. Aber ich mein, das ist das Erz-Erz-Erz-Rätsel. Erz-Drätsel. Und ich will das eigentlich schaffen. Ich glaub, wir haben gar nicht mehr so viele zu suchen. Ich will aber... Zimmer noch hoch. Ach, was eine Aussicht. Wir gehen wieder. Okay, das heute ist ein Kerker, da können wir nirgendwo nach oben. Dann ist natürlich noch das Unterrohr offen. Na, das machen wir jetzt auch noch schnell und dann mal gucken. Hey, ist jetzt schon wieder ein Part, nur diese Zettelsuche? Hey. Wie gemein. Ja, also immer nur so Zettelsuchen und im Prinzip, ich laufe wirklich durch die Gegend und muss euch irgendwie bespaßen. Das ist auch nicht so lustig. Hey, Sekunde, Sekunde. Wo geht's hier hin? Hm, nein. Aber ein guter Versuch, glaub ich. Äh, wo ging's hier hin? Was ist das andere Auferzehung? Was ist das andere Dach? Ich glaub, die Dächer zu laufen, wär schneller gewesen. Aber ich muss ja, dass es hier auswendig laufen können, äh, es ist ja... Man braucht sowas einfach. Dass man genau weiß, wo man lang muss. Obwohl es komplett schwarz ist. Hm, unbedingt. Okay. Hier runter und auch wieder versuchen, rauszukommen. Nur um dann im nächsten Gebäude weiterzumachen. Ach, aus dem Weg. Aber ich hab mich einfach nicht getraut, da jetzt oben den Zettel anzuquatschen. Selbst wenn da jetzt dann neu geschrieben wurde. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Das wär einfach falsch. So, da ist der Kerker. Den ignorieren wir ja. Und wir schwingen unseren kleinen, hübschen Hintern nach da oben rein. So, da muss ich den Zettel hier anquatschen. Jetzt überhaupt nach oben? Jetzt ist ja die Treppe zu ihm. Ah. Oh Gott. Noch mehr Treppe? Das ist immer gut. Moment, das ist doch die gleiche. Burg? Nicht? Aber ich dachte... Ich dachte, dass... Dass das alles... Eins wäre. Dass... Dass ich... Dass ich mich nicht irre und dass... Ach, du grüne Neune... Hey! Seit wann ist dein Ritter? Was zum... Ein Geist! Ach, endlich! Ich bin meiner jetzigen Existenz müde. Keine Freude mehr. Endlich ist jemand gekommen, die mich meine Kräfte verleihen kann. Etwa ich? Ich bin müde. Nimm meine Kräfte und lebe wohl. Hm. Na schön. Au. Da war der Skelettbeschwörung gestiegen. Oh, ich kann Skelette beschwören. Sekunde. Wir gucken mal eben in die Fähigkeiten von Weiner. Er kann bisher nur Blut saugen. Und... Naja. Das war's eigentlich. Wir haben nicht mehr... Und doch, wir haben noch ein Kurzschwert dabei und noch diese Lederrüstung. Wow. Ah, ich glaube, ich gucke mal eben nach, welcher... Ich meine, was? Der Geist ist auch neu gewesen. Ich bin schon fünfmal langgelaufen. Jetzt regnet es mir auch noch auf meinen hübschen Kopf. Es wird Nacht. Ich habe Angst. Es wird dunkel. Als Vampir. Ja, ich habe mal in der Lösung eben nachgekauft, dass der hier ist, der... Der... Also, sagenwobene Zettel. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Kann auch sein, dass ich das überhaupt nicht mache. Und einfach die ganze Zeit das einfach mal jetzt ausprobieren und vorher speichere. Mal sehen. Bis dann. Bis dann. Okay. Bis dann.